Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt hört ihr endlich mal meine Stimme. Und hier sitzt ein Video. Jetzt setzt sich ein bisschen schocken. Es gibt gerade Haferflocken. Dazu gibt es noch eine Chance. Da hinten ist eine kleine Gruppe. Da unten ist noch jemand. Ist da jemand? Ich sehe es nicht. Hier sitzt glaube ich. Ist da jemand? Weiß ich nicht. Ähm. So. Heute zeige ich euch auch ein bisschen das Gehege. Es gibt ja eigentlich auch einen Shot dazu. Aber ja. Also wir fangen einmal am besten... Das ist dafür da, weil ich traf die ein bisschen rein. Wenn ihr euch die Zitlecke seht. Aber ja. Wir fangen einmal bei einem sehr beliebten Häuschen an, was die leider zerstört haben. Mal gucken, ob da jemand drunter ist. Das Duplo. Also hier ist einmal die Villa. Ja. Es gibt jeden zweiten Tag Stroh. Hier sieht man das ganz gut. Heute gab es auch wieder was. Da sitzt Sport oder sehr intelligentes Männchen. Das war ironisch gemeint. Ja. Doppel. Das ist Bonbon. Dahinter sitzt Cornflake. Dahinter ist Praline. Dahinter ist Fanny. Die kennt ihr ja aus, ähm, aus Miri-Familie. Jetzt müssen wir nur in Miri-Familie. Da hinten ist die Bank. Da kann auch keiner aufkühlen. Da ist ein Loch drinnen. Ich muss mal wieder das Wasser machen. Hier ist immer Trockenfutter. Ja. Das ist sehr eklig. Also ich weiß nicht, wie die das essen können. Aber ich weiß nicht. Da hinten ist Duplo. Könnt ihr auch aus Miri-Familie-Geschichte? Ihn wunderschönen Po. Ich weiß halt nicht, ob da jemand ist. Müsst ihr, ähm, gucken? Ja, wenn da jemand ist. Warte. Ist jemand? Hallo, hallo, äh, äh. Oh, hallo. Bist du Hazeln oder Pancake? Ich muss kurz drüber gucken. Äh, Pancake. Äh, also ich will ja nicht drüber reden, aber ich finde, du bist ein bisschen zu groß. Du hast dein eigenes Wurst. Ja. Cookie. Das ist Cookie. Das ist Cookie. Ein sehr großes Mäschleppchen. Pancake. Das ist nicht Hazel. Das? Äh, da, da Hazel. Ja. Ähm, ich gucke mal hier in das Suche los. Da kommt sie. Hier, das ist sehr cool. Mira müssen wir suchen. Aber egal. Jetzt zeige ich euch mal das Lager. Warte kurz. Das Lager. Hier ist einmal die Schorne für Heu. Hier einmal das Rieskurschen. Da passt auch jetzt rein. Hier ist einmal noch so Spiel. Da springen wir drauf. Dieses Häuschen habe ich mal auf dem Markt gekauft. Das ist aber viel zu klein. Aber da springen wir ganz gerne drauf. Da legen sie sich im Sommer gern drauf. Ja. Hier. Hier einmal die Transportbox. Und hier so. Ja. Mein Futter. Hier. Da ist kein Pferdefutter drin. Sieht nur so aus. Das ist einfach eine Box. Und hier. Das ist ihre Lieblingsboxe glaube ich. Die Snack-Abteilung. Sehr beliebt. Da ist ein Schmack-Mäger. Brollis. Super beliebt. Ja. Wandererspray-Cookie. Ich habe natürlich nicht alle Kanoniener nicht mehr Späckchen gekämpft. Super beliebt. Und Plastik, das geht da eigentlich nicht rein. Das ist ein Premium-Paper, so nenne ich es, weil das ist ja eine Steuer. Das gibt es doch nur, wenn jemand krank ist, weil das ist gar nicht mehr so gesund. Kräuter! 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 Also, es gibt ja auch Snacks. Lichts zu auf, dass ich dem gekrankt werde oder so? Na, ist ja. Ja. Hier ist auch einmal das Außengehege. Ja, es ist noch größer, aber ja. Geht man hier rein, hier ist eine Tür. So. Und da sind die Miris. Sitzt er immer noch? Ja. Das war mein erstes Video mit Miris. Und ja, wir sehen uns entweder am nächsten Short oder im nächsten Video. Ciao Miris! Ciao Miris! Ciao Miris! Ciao Miris!